Bitcoin knackt endlich die 40.000 US-Dollar Marke, der Markt spielt verrückt, alle Projekte kennen aktuell nur eine einzige Richtung, wir sehen ein All-Time-High nach dem anderen. Sind wir jetzt endlich im Bullenmarkt oder sehen wir jetzt zeitnah noch eine massive Korrektur? Es ist wieder Montag und damit Zeit für ein neues Marktupdate und damit du immer up-to-date bist und weißt, was aktuell so am Markt abgeht, bleib auf jeden Fall dran. Bevor wir beginnen, das Ganze ist keine Finanzberatung und du solltest immer deine eigenen Recherchen machen. An der Stelle herzlichen Dank an euch alle, wir haben die 5.000 Abonnenten geknackt und ich habe schon auf Twitter angekündigt und auch in diesem Video, dass das 5.000 Abonnenten-Special das lang ersehnte Exit-Strategie-Video sein wird. Und ich werde das Video Mittwoch oder Donnerstag hochladen und da drin werde ich wirklich alles erklären, was ist überhaupt eine Exit-Strategie, warum ist eine Exit-Strategie wichtig, warum ist es der mit Abstand größte Skill beim Investieren und wie gehe ich da persönlich vor? Und damit du das Ganze nicht verpasst und jetzt vielleicht neu auf diesem Kanal bist, lass gerne ein Abo da, aktiviere die Glocke, denn dieses Video darfst du auf keinen Fall verpassen, denn für die nächsten Monate und Jahre ist das der mit Abstand entscheidendste Skill. Wir schauen uns jetzt mal an, was geht aktuell im Markt ab. Die Kurse sind wirklich am Durchdrehen und Bitcoin hat zudem endlich die 40.000 US-Dollar-Marke heute Nacht geknackt und wir bewegen uns jetzt schon mittlerweile bei 41.370 Dollar. Also hier geht es gerade wirklich sehr, sehr steil, gerade jetzt zum Ende des Jahres und auch an der Stelle herzlichen Glückwunsch an all diejenigen, die damals roundabout bei 26.000 Dollar eine Swing Long eingegangen sind. Ihr befindet euch ungehebelt bei 55% im Plus. Allgemein ist der Markt gerade aktuell auch super bullisch und es fühlt sich wirklich so an, als ob wir uns in einem Bullenmarkt befinden. Aber ich kann es nicht oft genug sagen, das was man aktuell sieht, ist noch nichts gegenüber dem, was in einem Bullenmarkt wirklich möglich ist. Ganz, ganz viele Indikatoren zeigen es, dass wir uns noch nicht in einem realen Bullenmarkt befinden und auch noch lange nicht in einer Altcoin Season. Und aktuell ist es ja bei mir so, dass ich meinen Swing Long bei Bitcoin aufgebaut habe bei 26.000 Dollar. Ich habe den jetzt letztens einmal hochskaliert. Jetzt befinde ich mich bei einem durchschnittlichen Einkaufspreis bei ungefähr 30k. Aber worauf ich mich halt aktuell gerade hauptsächlich befasse, sind halt Altcoins. Weil da ist es einfach für mich persönlich aktuell am lukrativsten, da wirklich reinzugehen und da wirklich sehr, sehr tief in diverse Projekte hineinzugehen und mich da eher auf das Portfolio zu fokussieren, als das bloße Trading als solches. Ich werde aber auch zusätzlich einige Swing Long Positionen bei Altcoins aufbauen. Jetzt ist es aktuell aber so, dass ich wirklich Spot eher investiere und das vor allem in einen bestimmten Sektor und das ist Gaming. Wir befinden uns aktuell bei einer Market Cap von 18 Milliarden Dollar und das ist auch noch nicht mal unfassbar viel. Hier in letzter Zeit auf diesem Kanal spreche ich sehr, sehr viel über diverse Gaming Projekte und es ist auch für mich der Bereich, der am meisten Potenzial in der Zukunft hat. Denn nächstes Jahr werden die ersten Konsolengames herauskommen, die an die Blockchain geknüpft sind. Morgen kommt der Trailer zu GTA 6 raus. Wer weiß, ob GTA 6 mit einer Kryptowährung zusammenarbeitet. Es wird ja schon gemunkelt, dass GTA 6 die Blockchain mit integrieren wird. Und ich kann es mir halt auch sehr gut vorstellen, weil bis GTA 7 dann herauskommt, da vergehen einige Jahrzehnte. Und da halt nicht mit der Blockchain zusammenzuarbeiten, ist in meinen Augen fatal seitens Rockstar Games. Aber das werden wir morgen und jetzt auch in den nächsten Wochen dann noch genauer sehen. Ich habe auch auf Twitter einen Tweet geschrieben, warum Krypto Gaming dein Leben verändern kann. Und wenn man sich mal das Datum anschaut, das war vor zwei Tagen. Da befanden wir uns gerade mal bei einer Market Cap von 16,1 Milliarden US Dollar. Zwei Tage später 18 Milliarden US Dollar. Das heißt, in zwei Tagen sind hier zwei Milliarden US Dollar in diese Nische hineingeflossen. Damit man mal sieht, gut, wie viel Potenzial ist hier wirklich da und wie schnell kann das wirklich gehen. Und Gaming ist für mich einfach ein Bereich, der zukünftig mehrere 100 Milliarden US Dollar an Market Cap haben wird. Und ich habe darüber auch schon ein Video mal gemacht. Ja, das hier, das alles ist erst der Anfang. Dieser Bereich wird alles in den Schatten stellen. Das war vor zwei Wochen. Falls du es noch nicht gesehen hast, hol es unbedingt nach. Das hier solltest du auf jeden Fall gesehen haben, um wirklich dieses Potenzial hinter Gaming dann auch zu verstehen. Lest dir auf jeden Fall auch den Tweet durch. Allgemein folgt mir auch gerne auf Twitter bzw. X. Da gebe ich tagtäglich nochmal weitere Updates. Und das Ganze geht natürlich wesentlich schneller als jetzt hier auf YouTube. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Bei sehr, sehr vielen Projekten aktueller Markt befinden wir uns derzeit in einer bullischen Phase und vor allem in einer sogenannten Discovery Phase. Und da möchte ich jetzt einfach mal ein paar Projekte ansprechen, die sich aktuell in dieser Discovery Phase befinden. BitTensor, 350 Dollar aktuell als All-Time-High. Wir sehen hier ein All-Time-High nach dem anderen und wir sehen hier einfach kein Schluss. Das heißt, wir können nicht wissen, wohin geht jetzt erstmal BitTensor, bis wirklich diese Korrektur stattfinden wird. Weil eine Korrektur wird es zu 100% geben. Ja, also es wird jetzt nicht non-stop bis zum Ende des Bullenmarktes irgendwie nach oben gehen. Eine Korrektur muss da sein. Aber wir wissen alle nicht, wann ist denn diese Korrektur genau da? Ja, passiert sie jetzt bei 400 Dollar? Passiert sie bei 600 Dollar? Passiert sie vielleicht erst bei 1000 Dollar? Wo beginnt die Korrektur? Das ist halt das Besondere bei diesen Coins und Projekten, die sich aktuell in dieser Discovery Phase befinden. Und für all diejenigen, die die Kanalmitgliedschaft bei mir abgeschlossen haben, die haben BitTensor von mir als Buy Alert bei 150 Dollar bekommen. Zugegeben, verglichen zu anderen deutschen YouTubern und auch allgemein ist das schon sehr, sehr spät gewesen. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich ihm gesagt, es fühlt sich einfach so an, als ob wir weitere höhere Kurse sehen werden. Ich habe da drunter auch Kommentare bekommen, wie man denn in so einer Kerze einsteigen kann. Das muss man mal sich hier anschauen. Das war roundabout hier. Ja, also wirklich in dieser massiven Aufwärtsbewegung hatte ich mich dazu entschieden, gut in BitTensor hineinzugehen. Weil ich mich schon gedacht habe, da geht es jetzt noch weiter. Ja, weil in Sachen KI, AI ist BitTensor halt wirklich ein Household Name. Und ja, man ist hier schon weit über 100% jetzt mittlerweile im Plus, was natürlich schon sehr gut ist. Und ich bereue es immer noch, BitTensor nicht bei 50, 60 Dollar gekauft zu haben. Das hätte natürlich jetzt anders geschmeckt. Aber an der Stelle Happy Profits an all diejenigen, die zu diesen Kursen damals auch BitTensor eingekauft haben. Ein weiteres Projekt, welches sich halt in dieser Discovery-Phase befindet, ist Casper. Über Casper habe ich ja hier auf diesem Kanal auch schon unzählige Male gesprochen. Und auch hier befinden wir uns immer wieder an einem neuen Punkt eines All-Time-Highs. Ihr wisst, ich habe letztens Gewinne mitgenommen bei Casper. Darüber habe ich hier auch ein Video gemacht. Ich habe meine Casper verkauft. Und da habe ich auch gesehen, viele haben sich das Video gar nicht ganz angeschaut. Sondern manche haben gedacht, ich habe wirklich all meine Casper verkauft. Dem ist natürlich nicht so. Ich habe einfach damals mein Initialinvestment wieder rausgeholt nach 1000%. Und habe mir gesagt, gut, ich lasse jetzt 100%ige Gewinne laufen. Damit bin ich 100% fein. Mir ist es wichtig, einfach dieses Risiko rausgenommen zu haben. Und da habe ich mich halt auf andere Projekte noch weiterhin fokussiert. Aber da wird es auch in dem Exit-Strategie-Video genauer drum gehen. Und auch hier haben wir ein Projekt, welches sich in einer Discovery-Phase befindet. Und darüber habe ich auch in einem anderen Casper-Video damals, by the way, gesprochen. Ja, hier ist die Chance bei Casper schon vorbei. Da habe ich genau davon gesprochen, dass man nicht genau sagen kann, wo Casper jetzt hingeht. Ja, ich habe das Ganze damals mit Chainlink verglichen. Es war ein ähnlicher Verlauf im letzten Bärenmarkt. Wo das Ganze halt von 100 Millionen auf eine Milliarde Market Cap angestiegen ist. Und wir befinden uns jetzt aktuell schon bei 3 Milliarden Market Cap. Auch an der Stelle Happy Profits natürlich an jeden Einzelnen, der Casper mitgenommen hat. Auch da sehe ich immer noch weitere Upside. Und keiner weiß ganz genau, wann kommt denn wirklich jetzt diese massive Korrektur. Sehen wir die jetzt? Sehen wir die vielleicht erst bei 20 Cent oder bei 50 Cent? Wer weiß? Das werden wir jetzt erst in nächster Zeit sehen. Oder auch Shrapnel. Auch eines der Projekte, über das ich hier auf diesem Kanal jetzt schon mehrfach gesprochen habe. Und eines meiner favoriten Gaming-Projekte ist. Da sehen wir halt auch aktuell Discovery-Phase. Und jeder, der hier wirklich diesen Dip mitgenommen hat, wo es diese FUD-News gab seitens Shrapnel, ist mittlerweile schon fast 100% wieder im Profit. Und das ist einfach etwas, was crazy ist. Allein in den letzten 24 Stunden 17%. Das zeigt einfach, dass wir uns aktuell in dieser Marktphase befinden, wo Gaming und auch allgemein die Coins und Token, die aktuell so auf CoinMarketCap sind oder auf CoinGecko sind, sich immer mehr Beliebtheit erfreuen. Und woran ich das auch sehe, dass wir aktuell bullischere Phasen haben, ist die YouTube-Aktivität. Ja, viele Leute kommen jetzt zurück auf YouTube, die vielleicht lange Zeit sich nicht mehr mit Kryptowährungen befasst haben und wollen sich jetzt wieder mit Kryptos befassen. Und auch viele neue Content-Creator entstehen mittlerweile, gerade im deutschsprachigen Raum. Was mir persönlich auch zeigt, dass das Interesse an Kryptowährungen allgemein wieder steigt. Und ich bin mir 100% sicher, dass wir dieses Jahr weiterhin höhere Hochs, höhere Tiefs sehen werden und eher in einer bullischen Natur uns bewegen und 2024 wirklich massiv beginnt. Der Hypetrain hat halt gestartet und ich bin mir sicher, dass noch sehr, sehr viel dieses Jahr alleine geschehen wird. Wenn wir uns mal den Fear & Greed Index anschauen, sieht der nämlich immer noch nicht extrem aus. Im letzten Marktupdate hatte ich das schon mal gezeigt. Wir befinden uns die ganze Zeit am gleichen Punkt. Wir befinden uns aktuell bei einem Greed Index von 74. Das ist vergleichbar zu einem Bullenmarkt wirklich nichts. Also die Menschen haben noch keine Gier. Da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Wenn wir hier in den 80er, 90er Bereich reingehen würden, dann ist das halt die Zeit, wo man schon ein bisschen hellhöriger werden sollte. Und wenn wir uns den Altcoin Season Index zusätzlich auch nochmal angucken, sind wir hier bei 41. Das heißt auch da, weit von einer Altcoin Season entfernt, auch hier hat sich nicht unbedingt viel verändert. Und wenn man das Ganze jetzt mal mit diesen prozentualen Anstiegen von Altcoins vergleicht, gerade jetzt mal hier Gaming, also absolut crazy, dann denkt man sich einfach gut, wo soll denn hier die Reise noch hingehen? Denn ich sage euch eins, wenn wir hier diesen Altcoin Season Index auf 80, 90 vielleicht an die 100 sehen, dann sehen wir hier prozentuale Veränderungen im vierstelligen Bereich. Ja, vielleicht sogar fünfstelligen Bereich. Das wird crazy, denn wir befinden uns halt immer noch bei sehr, sehr vielen Projekten weit vom All-Time-High entfernt. Und an der Stelle möchte ich auch schon mal eine kleine Ankündigung machen. Ich habe nämlich in ein neues Projekt investiert. Habe ich vorhin auch in der Kanalmitgliedschaft als Buy-Alert rausgehauen. Aber darüber werde ich jetzt auch zeitnah ein eigenes Video machen, ist Seedify. Denn ich denke, dass wir hier bei Seedify jetzt im nächsten Bullenmarkt auch ganz, ganz krasse Kurse sehen werden. Nicht nur was das Projekt als solches angeht, sondern vor allem auch die Projekte, die über Seedify gelauncht werden. Denn im Vergleich zu anderen Launchpads hat sich Seedify über den gesamten Bärenmarkt sehr, sehr geil entwickelt. Und hat mittlerweile über 100 Mitarbeiter. Und ich bin sehr gespannt und sehr hyped darauf, was hier für Projekte gelauncht werden. Und ich bin hier mittlerweile und ich bin seit heute hier auch wieder investiert. Hätte natürlich auch ein bisschen besser sein können, dass man hier unten eingestiegen wäre. Vielleicht der ein oder andere von euch ist hier unten auch eingestiegen in Seedify. Aber ich bin jetzt vor kurzem, weil ein Projekt, auf das ich mich natürlich sehr stark freue und was über Seedify gelauncht wird, ist Bloodloop. Und ich habe das Ganze hier auch auf Twitter geteilt. Denn Bloodloop hat bekannt gegeben, dass sie über Seedify launchen werden. Beziehungsweise hat Seedify hier auch selbst dieses Announcement gemacht. Und das ist ja sowieso ein Game, auf das sehr, sehr viele Leute warten. Ich habe auch über Bloodloop ein Video gemacht. Das sieht man einmal hier, Crypto Gaming. Diese Gaming Coins darfst du nicht verpassen. Da war Bloodloop unter anderem auch mit dabei. Und ja, das wird über Seedify gelauncht. Weshalb ich denke, dass wir hier bei Seedify auch noch sehr viel Potenzial haben. Und wer das Ganze auch einfach nur traden möchte, hat hier sicherlich auch ganz, ganz gute Chancen. Denn wir hatten hier ein Alltime High von 16 Dollar. Ich kann mir vorstellen, dass das im nächsten Bullenmarkt auch noch durchbrochen wird. Und wir hier Kurse von 20, 25, vielleicht sogar 30 Dollar sehen würden. Ja, no financial advice, do your own research. Wenn wir jetzt mal uns angucken, allgemein, wie der Markt sich aktuell bewegt. Heute mal auch gar keine News. Denn ich finde, der Markt zeigt aktuell gut genug, dass wir bullischer Natur sind. Und das hat halt einfach damit zu tun, dass der Spot Bitcoin ETF, also die Genehmigung dazu, kurz bevor steht, es sind nur noch ein paar Wochen, im Januar, wird die Entscheidung getroffen, ob jetzt dieser Spot Bitcoin ETF kommen wird. Und der Startschuss wird gesetzt für 2024. Und da wird es meiner Meinung nach komplett abgehen. Und davon habe ich schon gesprochen, vor einigen Monaten, seitdem ich wirklich diese Marktupdates mache, dass ich davon ausgehe, dass wir in einer bullischen Phase sind und wir nicht mehr jetzt 12.000 Dollar und so weiter sehen. Und das sage ich auch jetzt nochmal. Habe ich im letzten Marktupdate gesagt, habe ich in den anderen Marktupdates gesagt, ich bin überhaupt nicht mehr davon überzeugt, dass wir 12.000 Dollar sehen. War ich noch nie. Ja, weil langsam muss man sich mal echt damit abfinden, dass wir diese Kurse nicht mehr sehen werden. Wir befinden uns aktuell beim Bitcoin bei 41.000 Dollar. Warum sollten wir jetzt nochmal auf 12.000 Dollar fallen? Und es gibt immer noch Menschen, die auf diese Kurse warten. Genauso wie sehr, sehr viele im letzten Bullenmarkt bei 68.000 Dollar und bei der Korrektur darauf gewartet haben, dass wir 100.000 Dollar sehen werden. Nur halt in Reverse. Und jetzt muss man vielleicht mal seinen persönlichen Bias umändern und sagen, gut, ich bin doch eher bullischer gestimmt, gerade auch wegen den ganzen News, die jetzt kommen werden. Weil wenn wir uns jetzt mal die Quartalsrenditen anschauen, befinden wir uns bei 50% aktuell im vierten Quartal und bei 7,8% aktuell im Dezember im Plus. Und wir sind gerade mal beim 4. Dezember. Vier Tage im Dezember und wir haben schon fast so viel prozentual zugelegt wie im gesamten November. Und die Chance ist immer noch da, dass wir den Rekord Dezember aller Zeiten haben werden. Wir müssten über 46% kommen, damit wir dieses Jahr einen Rekord aufstellen würden. Was die Quartalszahlen angeht, hier sind wir bei 479% im vierten Quartal. Davon gehe ich eher weniger aus, dass wir das jetzt erreichen. Aber wenn wir uns auf den Monat das Ganze anschauen, kann ich mir schon vorstellen, dass wir die 46% eventuell sogar durchbrechen werden. Und wer weiß, ob vielleicht die These aufgeht, dass wir dieses Jahr noch ein neues All-Time-High sehen werden. Das hatten wir auch schon mal in einem Marktupdate damals uns angeschaut, dass es halt Thesen und Theorien gibt, dass wir noch ein neues All-Time-High 2023 sehen werden. Und wer weiß, ob das wirklich passiert. Wir haben halt insgesamt noch 27 Tage, das Ganze zu erreichen. Also sehr, sehr spannende Zeiten, in denen wir uns aktuell befinden. Und ich glaube, jeder ist dankbar, jetzt aktuell dabei zu sein. Weil es gibt noch so viele Menschen da draußen, die das aktuell alles gar nicht mitbekommen. Die überhaupt nicht wissen, dass Bitcoin 41.600 Dollar jetzt mittlerweile wieder wert ist. Die gar nichts davon mitbekommen. Die sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen. Und diese Menschen werden erst wieder in den Markt kommen. Und wir haben uns jetzt mittlerweile schon platziert. Wenn wir uns mal die Charts anschauen, hat sich hier auch nicht unbedingt viel verändert. Wir befinden uns weit über der 200er Daily Moving Average. Und ich habe es auch in den letzten Marktupdates gesagt, bewegen wir uns jetzt aktuell auf diese Zone hin. Wenn wir diese durchbrechen, ist meiner Meinung nach die Luft nach oben wirklich da. Ja, und da kann es wirklich gut sein, dass wir sogar ein All-Time-High relativ schnell dann auch erleben werden. Aber ich muss dazu sagen, wir müssen eine Korrektur sehen. Wir sind jetzt seit mehreren Wochen, also hier seit Oktober, dauerhaft in einem bullischen Umfeld. Und dass wir eine Korrektur sehen müssen, das muss einfach sein. Aber wer weiß, ob das dieses Jahr noch passieren wird oder halt nächstes Jahr. Aber eine Korrektur wird kommen. Wenn wir uns hier mal den Daily anschauen, und ich habe jetzt mal hier die Higher Highs und Higher Lows mit reingebracht. Wir haben dauerhaft aktuell neue Higher Highs und neue Higher Lows. Und hier habe ich jetzt auch mal das Bull Market Support Band als Indikator mit dazu genommen. Und das zeigt im Endeffekt jetzt auch aktuell an, dass wir uns eher in einem Bullenmarkt befinden. Wobei ich jetzt noch nicht der Meinung bin, dass wir im Bullenmarkt sind. Aber zumindest in den Anfangsstadien. Diejenigen, die damals sich hier in dieser sehr, sehr schweren Marktphase, wo es diese ganze Manipulation gab, wo es hier diese Pumps gab und danach es wieder gedammt ist auf den gleichen Preis. Und das sehr, sehr oft. Wer sich da eine Swing-Long-Position aufgebaut hat, der befindet sich jetzt aktuell bei hier 26.000 Dollar. Bei Roundabout insgesamt jetzt mittlerweile 56% im Plus. Und ich sehe halt hier, wir befinden uns aktuell schon auf dem besten Weg zu den 42.000 Dollar. Das heißt, wenn heute Abend das Video online kommt, kann es auch sein, dass wir schon auf 42.000 Dollar. Und dann befinden wir uns hier noch weiter im Profit. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, habe ich meine Swing-Long hochskaliert und mein durchschnittlicher Einkaufspreis liegt ungefähr bei 30.000 US-Dollar noch knapp da drunter. Ja, weil ich halt jetzt massiver nochmal die Position nach oben skaliert habe und ich auch nicht mehr davon ausgehe, dass wir auf 30.000 US-Dollar fallen werden. Sollten wir eine Korrektur sehen, werde ich, wie ihr wisst, eine Hedging Short eingehen, diese Position nach unten hin traden und dann diese Profite nehmen, um sie dann wieder in die Swing-Long zu investieren. Je nachdem, wie sich der Markt jetzt noch weiterhin verhält, überlege ich halt auch für weitere Altcoins Swing-Long-Positionen aufzubauen, um da halt dann einfach auch mit einem höheren Hebel dann auch in den Bull-Markt hinein zu gehen. Und wenn man sich mal überlegt, wenn man hier aktuell mit einem 10er Hebel drin ist, dann ist man schon sehr, sehr krass im Profit und es lohnt sich jetzt natürlich sein Risiko rauszunehmen, seine Margen so nach unten zu legen durch einen guten Hebel, weil man eh schon sehr, sehr weit im Profit ist. Zumindest diejenigen, die halt hier unten damals eine Swing-Long eingegangen sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier jetzt immer noch in einer Discovery-Phase sind und ich mir gut vorstellen kann, dass wir aufgrund des aktuellen Hypes rund um den Spot Bitcoin ETF auch sehr, sehr schnell auch die 45.000 bis sogar vielleicht 50.000 US-Dollar anlaufen werden und wir dann nochmal eine Korrektur sehen. Aber nicht mehr auf unter 30.000 US-Dollar. Dieser Zug ist meiner Meinung nach abgefahren und ich bin der Meinung, wir sehen eher jetzt steigendere Kurse, weil nächstes Jahr das Big Money einfach in den Markt kommen wird. Das Einzige, was halt passieren könnte, ist, dass die SEC wirklich sagt, gut, wir lehnen alles ab und wir haben gar keinen Bock auf Krypto und Krypto-Scam und wir klagen jeden an, der irgendwas mit Bitcoin machen möchte. Gut, dann kann es auch ein bisschen anders laufen, aber davon gehe ich eher weniger aus, weil ich denke, wir sind uns alle einig, dass Blockchain und Krypto die Zukunft auch sehr, sehr stark prägen werden. Und die SEC sich eigentlich eher ins eigene Fleisch schneiden würde, wenn sie das Ganze jetzt eben nicht genehmigen würden. Wenn ihr das Ganze auch traden möchtet, dann kann ich euch an der Stelle zwei Börsen empfehlen. Zum einen Pionics, da läuft auch aktuell ein exklusives Trading Event, wo ihr einfach nur, indem ihr euch anmeldet, Trading Boni bekommen könnt. Und wenn ihr ein gewisses Volumen erzeugt, bekommt ihr auch nochmal feste Trading Boni hier ausgezahlt und das Ganze bis zu 100 USDT und das bei gerade mal 200.000 Dollar als Volumen, was halt sehr, sehr schnell erreicht ist. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und diejenigen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, ihr wisst ganz genau, meine Hauptbörse, auf der ich auch persönlich am aktivsten trade, auch spot fast alle Projekte kaufe, die ich auf diesem Kanal vorstelle, ist BitGet. Und bei BitGet ist es aktuell so, dass es unzählige Weihnachtsspecials gibt, zum Beispiel auch 100% Cashback auf die erste Einzahlung. Das heißt, wenn man mehr als 100 USDT hier einzahlt als neuer User, bekommt man 100 USDT als Trading Bonus nochmal geschenkt. Und hier gibt es auch noch weitere Gewinnräder und ganz, ganz viele besondere Specials. Man kann hier bis zu 1 Bitcoin gewinnen und so weiter. Also BitGet ist meine persönliche Favoritenbörse und den Link zu BitGet findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Darüber spart ihr euch nochmal zusätzlich 15% auf alle Trading Fees und habt nochmal zusätzlich weitere Vorteile, wenn ihr über meinen Link kommt. Zusätzlich unterstützt ihr natürlich auch die Arbeit auf meinem Kanal, weil ich einen Teil der Trading Fees bekomme, die ihr so oder so an die Börse zahlen würdet. Und auch nochmal allgemein, folgt mir unbedingt auf Twitter bzw. X, um da keine weiteren Updates zu verpassen. Ich habe letztens erst noch ein Giveaway gemacht zu Shrapnel, wo es möglich war, hier insgesamt 12 verschiedene Extraction Packs zu gewinnen. Und einige haben da von euch das Ganze auch mitgenommen. Und an der Stelle möchte ich auch sagen, es sind weitere Giveaways hier auch nochmal geplant an euch als Community. Deswegen unbedingt auf Twitter bzw. X folgen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Schreibt mir mal eure Meinung zum Markt in die Kommentare. Wie seid ihr aktuell gestimmt? Wo glaubt ihr, werden wir dieses Jahr noch so hingehen kurstechnisch? Sehen wir vielleicht noch die 50.000 Dollar? Sehen wir vielleicht ein neues All-Time-High? Oder erleben wir wirklich eine Korrektur auf 12.000 Dollar? Lasst es mich unbedingt wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, um den Algorithmus zu pushen. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und in Zukunft keines meiner Videos verpassen möchtest, dann lass gerne ein Abo da. Und wenn du wissen möchtest, welche Projekte ich kaufe und verkaufe, check auch unbedingt die Kanalmitgliedschaft ab, wo du Buy- und Sell-Alerts von mir bekommst. Wenn du jetzt Bock bekommen hast, dir einige weitere Videos anzuschauen, kannst du dir einmal hier das letzte Video angucken, was ich hochgeladen habe. Und einmal hier die Uncut-Talks, die bei euch sehr, sehr gut ankommen. Das war es auf jeden Fall für dieses Video. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Portfolio-Bewertung. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Peace. Ciao, ciao.